Einfache Schutzmasken helfen tatsächlich dem Gegenüber, weil man eben, wenn man niest oder hustet, dann eben in diese Maske rein hustet und das nicht eben dem Gegenüber dann ins Gesicht hustet. Man muss aber auch wissen, dass es einem selber zunächst mal nicht schützt. Das ist ja klar, wenn alle dann natürlich diese Masken tragen, dann hat man eben entsprechend einen gewissen Schutz. Man muss aber auch wissen, dass das eben nur ein gewisser Schutz ist. Das heißt, es ist keine absolute Sicherheit und man muss natürlich alle anderen Maßnahmen, die ja immer wieder entsprechend berichtet werden. Also Händewaschen, Abstand halten etc. muss man tatsächlich weiterhin einhalten und dann kann so ein Mundschutz einen gewissen Schutz zusätzlich bieten, aber eben tatsächlich zusätzlich.